Hey Leute, herzlich willkommen zum Making-of von Spotlight Staffel 6. Und jetzt viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zum Making-of der sechsten Staffel Spotlight. Wir drehen in diesem Jahr im Berliner Vez und natürlich haben wir wie immer Musikräume, Tanzräume, eine Chill-out-Area, viele, viele Locations, aber in diesem Jahr auch eine Turnhalle, eine Schwimmhalle, ein Turnstudio, sogar ein Kino. Also alles, was wir brauchen und alles, was wir mögen, haben wir hier im Vez. Das ist aber toll, Frau Direktorin, dass Sie uns nochmal die Ehre erweisen. Was für eine Chance für unsere Schüler. Ich bin Andi, ich mache die Regie hier bei Spotlight zusammen mit Patrick. Müssen wir nochmal machen, weil ich ja Patrick heiße. Ja, darfst du auch, aber wenn du offizierst, dann sitzt meine Mutti da und das ist traurig. Ja, also ich bin Andi, ich mache hier die Regie für Spotlight zusammen mit Patrick. Hi, und das bin ich. Und er macht auch die Regie zusammen mit Andi. Ich glaube, es ist nicht so, aber es ist wirklich, du bist eigentlich, hast du, ne, die Grundroll ist ja, du hast zu viele Joy. Ja. Also ich mache auch die Regie, aber ich habe auch die Geschichten mitgeschrieben mit einem kleinen Team zusammen. Also wir haben uns ausgedacht, was alles in dieser Staffel hier passiert und hier am Set erwecken wir die Geschichten mit Patricks Hilfe zum Leben. So, das heißt, Regie heißt im Prinzip die Umsetzung der Drehbücher in die fertigen Serienfolgen. Kennt ja jeder, wenn ein Buch verfilmt wird, dann braucht es dafür die Schauspieler. Dafür braucht es in unserem Fall natürlich viel Tanz und Gesang bei Spotlight und das sozusagen dann für die Kamera perfekt zu machen, das ist ein bisschen unsere Aufgabe, damit aus einem Buch eben etwas Laufendes wird, sozusagen ein Film oder eine Serie in diesem Fall. Ja, genau. Wir machen das heute aus der Hand, genau so abgesprochen mit Regie. Ja, ja, genau. Wunderbar. Ja, ja, Tugendorf Jens. Ich gucke den Leuten zu, das ist das, was ich mache den ganzen Tag und ich versuche das so professionell wie möglich zu machen. Das heißt, ich mache die Kamera. Vez hat viel Tradition, ist eine Location für Spotlight, die ist völlig neu. Und für uns war das eine riesen, riesen Aufgabe, damit umzugehen, das einmal zu denken und zu sehen und neu zu erspüren und dann halt sich da reinzufühlen. Das Tolle einfach an dem Feld war, dass wir riesen Location hatten, riesige Tiefen, von hinten bis vorne, dass die Räume aufgingen, dass wir viel, viel mehr zeigen konnten, als wir sonst die Jahre zeigen konnten. Auch genial ist einfach, dass wir, wir haben eine riesen Bühne gehabt, auf der wir halt inszenieren konnten, auf der wir tanzen konnten. Das ist genial und aussehen tut es natürlich auch etwas viel besser. Wir haben eine neue Kamera, wir setzen anders Filter ein, wir haben auch Nebelhaze im Hintergrund, ne, dann läuft da jemand immer rum, ne, und wedelt irgendwie, ne. Und dann am Ende sieht das so aus, als würde das so, so ganz fein Hauch von Stofflichkeit in der Luft sein, ne, und gibt einem nochmal mehr Transparenz und Tiefe in den Räumen. Das ist toll. Echte Steigerung. Sparky, wo willst du hin? Sparky? Hey. Milan? Ähm, ich muss ja mal los. Und dann kannst du hier so rein, dann bitte nach da so rein, ne? Ja, wir sagen hier noch ein paar Minuten. Ja, wie ist das so, mit jungen Schauspielern zu arbeiten? Ähm, so jung sind sie ja gar nicht mehr, äh, gerade, gerade Chiara und Malcolm und unser ganzer Hauptcast eigentlich, den kennen wir ja jetzt schon seit, ja, seit vier Staffeln, mehr oder weniger. Und die sind schon, ähm, die sind schon sehr professionell geworden und, ähm, haben sich auch jedes Jahr ein bisschen gesteigert und sich noch mehr in die Rollen gefunden. Und wir haben die Rollen immer mehr gefunden. 98? 99? Okay, okay, fertig. Das macht aber vor allem auch Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil man sich dann selbst auch ein bisschen jung fühlt. Sparky! Ja, manchmal weiß man nicht, wer der junge Schauspieler ist, der, 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 der D-Rex oder Malcolm. Ja, das war eine kleine humoristische Einlage. Ich hoffe, wir haben ihren Humor getroffen. Nicht? Schade. Ich habe das mit aus der Taufe gehoben, Spotlight, und allein deswegen, äh, ist das eine besondere Herzenangelegenheit. Und wir haben jetzt die zweite, äh, große Besetzung, wir haben immer noch Kontakt zu den Leuten, die die erste Staffel gemacht haben. Und man sieht ja dann auch tatsächlich, äh, was aus denen dann wird, das beobachtet man dann ja aus der Ferne so ein bisschen auch, dass die, äh, immer noch in der Medienbranche sind oder auf Instagram oder wo auch immer, äh, weiter diesen Weg gegangen sind, den wir mal bei Spotlight angefangen haben. Und das andere ist natürlich auch, wir haben immer in jeder Staffel, äh, neue Gaststars, äh, die zu uns kommen, die hier mitspielen. Und das ist immer ein großes Fest, wenn die kommen, die haben meistens Spaß, weil sowas haben sie auch noch nicht gemacht. Also, das ist schon auch dann eine Besonderheit. Gut, dann würde ich sagen, äh, Tobi, gehen wir, äh, wieder auf Anfang. Hallo, ihr Lieben, ich bin Anne, ich bin Maskenbildnerin, schon ein paar Jährchen und auch diese Staffel mit dabei bei Spotlight und bin dafür zuständig, dass alle Schauspieler, Komparsen, Gastrollen so schön aussehen, wie sie vor der Kamera aussehen. Als Maskenbildner sind wir natürlich nicht nur dafür zuständig, dass die Leute schön und frisch aussehen und geschminkt werden, sondern wir bekommen, wie alle anderen am Set auch die Drehbücher vorab zugeschickt und müssen die akribisch genau durcharbeiten, um zu sehen, was für schöne Überraschungen uns die Drehbuchautoren dort reingebastelt haben. So zum Beispiel hatten wir die Staffel ein paar Testimonials dabei, wo sich Rolle Sam verkleidet hat, die tollen Imitationsvideos. Sie imitiert sie ja schon fast. Das ist es. Imitationsvideos. Sprich, wir mussten gucken, welche Rolle will er spielen, wer soll er sein, mal Luna, mal Greta, mal die Ruby und mussten dementsprechend Perücken vorbereiten und frisieren. Was gab es noch für schöne Sachen für uns? Ja, zum Beispiel erinnert euch vielleicht auch an den tollen Prank von Jerome, Rolle Sam, wie er als Hotdog verkleidet oder als Bockwurst verkleidet war und ganz viel Senf und Ketchup ins Gesicht bekommt. Auch da mussten wir parat stehen und immer schauen, dass nicht zu viel Senf, nicht zu viel Ketchup in den Augen ist, da das natürlich auch ein bisschen brennt. Oder eben dementsprechend auch Senf und Ketchup nachlegen, damit das dann im Endeffekt so schön schmierig aussieht, wie es dann auch war. Yummy, 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 Bockwurst ist echt funny. Yummy, 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 und lecker schmeckt sie auch. Singt beim Bauch! Yummy! Hi, ich bin die Venna und ich spiel die Emily. Und ich bin Jerome und spiel den Sam. Sam, lächel und winkt. Wir haben die sechste Staffel von Spotlight gedreht, haben viele crazy Dinge wieder gemacht, aber man muss schon sagen, Jerome hat es auf jeden Fall am stärksten abbekommen von allen. Ja, also ich habe eine Ketchup- und Senf-Szene gedreht, wo ich geprankt wurde. Ich wurde geprankt dieses Mal. Von mir! Von ihr. Und ja, da wurde ich wirklich, da wurden mir einfach so acht Tuben, acht Flaschen Senf und Ketchup ins Gesicht gespritzt. Es tat auch sehr weh in den Augen. Aber es ist eine sehr coole Szene geworden. Ja, der Regisseur meinte nur so, Augen auf, Augen auf. Und ich war so. Ich krieg mal raus. Das geht nicht! Seht ihr, passt zu meinem Leben? Ähm, Jerome! Wir haben die Doppel nach oben. Wuh! 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 Hallo zusammen, ich bin der Jürgen Liesegang. Ich mache das Kostümbild für Spotlight 6.0. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei. Spotlight unterscheidet sich zu den anderen Formaten, die ich sonst mache, in der Masse. Weil wir jeden Tag bis zu acht, neun Bilder drehen und das mit einem Cast von fünf bis zehn Leuten in jedem Bild. Das ist halt die Herausforderung für mich dann, die passenden Kostüme zu finden. entsprechende Looks, die dann aufeinander abgestimmt sind, sowohl untereinander wie auch mit dem Szenenbild und dem Licht. Meine Lieblingskostüme waren dieses Jahr eigentlich die von Rolle Sam. Der war richtig cool, bunt, flippig und der hatte dann auch noch dieses Jahr ziemlich viele Extras, Specials, unter anderem halt eine Bockwurst, die ganz lustig geworden ist oder auch die Schnecke. Was mache ich so, diese Staffel? Und Emily, also meine Rolle, hat dieses Jahr viele, viele Hobbys, die sie nicht alle unter einen Hut kriegt, zum Beispiel auch das neue Hobby Schnecken trainieren, wofür Sam sie ja auch, sagen wir mal, runter macht, könnte man sagen, vielleicht sogar zu Recht, weil es ist schon ein seltsames Hobby und ich hatte dauernd diese Schnecken, es waren ja echte Schnecken in der Hand und die haben ja auch öfter mal auf die Hand gekackert und es war ein bisschen eklig, aber es war viel für Autoverfahrung. Mäuschen, bald müssen wir euch ein neues Zuhause finden. Klaus! Oh, wo ist Franzi? Oh, wo ist Franzi? Hat sie vielleicht Bock auf Bock auf Bockwurst? Bleibst du drinnen oder willst du rauskommen? Ach nee, ich komm mal lieber raus, ist ein bisschen praktischer fürs Interview. Okay, wir sind das Spitzen-Szenenbild-Team von Spotlight 6.0, das ist die Franzi, Szenenbild-Assistentin. Hallo! Ich bin Carina Jungen, ich mach das Szenenbild und zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Wir sind ein großes Team, wir haben viele Mitarbeiter, viele geniale Mitarbeiter, wir haben einen Requisiteur, wir haben eine ganz tolle Set-Requisite, wir haben eine tolle Baubühne, also wir sind ein groß, gut aufgestelltes Team und wir haben eine sehr kreative Arbeit, würde ich mal sagen, ne, also von Bilder, Plakate, also alles, was halt hinter den Schauspielern passiert, das Drumherum, bis zu den kleinsten Requisiten, wie zum Beispiel hier diese Bockwurstdose, die wir auch herstellen müssen extra und wo auch eine Grafik angefertigt werden muss, also es ist sehr umfangreich. Im Prinzip alles, was ihr seht, ist aus unserer Hand und dann haben wir auch immer so kleine Spezialdrehs, sag ich mal, die immer noch so ein bisschen wie so kleine Elemente noch dazu kommen, das ist einmal so ein Camper, der ausgestattet werden muss oder halt ein Zirkuszelt, was auch hier zwar schon aufgebaut ist, aber was natürlich auch jetzt sozusagen gestaltet werden muss von uns, damit das richtig schön aussieht, also mit Beleuchtung, mit Stoffen, ähm, genau und ja, so, so fädelt sich alles so zusammen. Hey, ich bin Chiara und ich spiele die Rolle der Greta. Hey, ich bin Malcolm und ich spiele die Rolle von Rocco. Wir haben einfach unseren eigenen Konzertsalon in der Schule. Also ich finde es mega empfiehlt. Wir hatten einfach viel coolere Locations als davor in der Schule auf jeden Fall. Ja, ich fand es eigentlich auch sehr nice. Ich fand es auf jeden Fall nice, dass es eine Turnhalle gab auch. Ich konnte halt ein bisschen nebenbei auch noch ein bisschen Basketball spielen und Stuff machen. Dazu kommt auch, dass obwohl es so viele Möglichkeiten nicht gibt, die alle relativ nah beieinander sind, auch wenn man halt mal ein bisschen laufen muss. Ja, also man hat gefühlt zehn verschiedene Orte in einem Ort. Das ist ganz nice. Also es war auf jeden Fall anders diesmal, vor allen Dingen als ich das Drehbuch gelesen habe, weil wir ja diese Staffel vielen streiten und am Ende auch Schluss machen. Deswegen muss ich dir jetzt was beichten. Ich habe Lenni geküsst. Aber so anders war es nicht, weil wir haben uns schon immer gestritten, gefühlt in allen Staffeln. True. Also es war ja immer so ein Hin und Her. Ja. Deswegen. Aber ich muss sagen, als ich das erste Mal das Drehbuch gelesen habe und erfahren habe, dass wir uns drin und dieses Jahr kein Happy Cover sind, war ich schon ein bisschen geschockt, ein bisschen traurig. Es ist einfach ehrenlos so. Mein Bruder so. True. Come on. Ich denke mir auch so, also Andi, falls du das siehst, warum mein Bruder, mein Halbbruder? Aber ja. Tatsächlich ist es schon ein bisschen schwierig, manchmal so Streitszenen zu drehen, weil ich ihm nicht wirklich böse sein kann, vor allem weil ich nicht ernst sein kann mit ihm. Aber im Großen und Ganzen, ja, sind wir es gewöhnt, dieses Hin und Her, von daher. Spotlight is back. Wir sind wieder zurück. Und ja, der Drehtag ist für mich heute beendet und ich muss sagen, ich habe es vermisst. Back to my family, back to Spotlight und wieder back zu euch. Eure Nikita. Ich bin Florian, der Producer der sechsten Staffel Spotlight. Und ich bin Helga, die Produzentin von Spotlight. Ja, ich bin halt Producer mit meiner Kollegin Helga. Inhaltlich für die sechste Staffel verantwortlich, aber auch dafür, die ganzen Gewerke zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zusammenzubringen. Und das gilt quasi über die gesamte Entwicklung der neuen Staffel, von den ersten Drehbüchern, über die Dreharbeiten bis dann am Ende die letzten Folgen quasi vom Bandrollen. Die Dreharbeiten sind eigentlich der kleinste Teil daran. Das waren jetzt fünf Wochen. Und alles davor und danach dauert eigentlich viel, viel länger als der eigentliche Dreh. Wir haben jeden Tag eigentlich zehn Stunden hier gedreht. Sieben, zehn, eins, die erste. Super. Cheers. Wir erzählen ja diese Staffel im Sommer, drehen aber im Februar, März, wo wirklich gar kein Sommer ist. Das heißt, Schauspieler müssen oft auf die Zähne beißen und auch ein bisschen frieren. In dieser sechsten Staffel gibt es auch auf jeden Fall ganz viele Neuerungen, was sozusagen die Bilderwelten angeht. Und was richtig toll ist, die Folgen sind länger. Es gibt jetzt 22 Minuten für eine Folge ungefähr. Und das ist natürlich für alle Spotlight-Fans auf jeden Fall richtig cool. Herr Meier-Bühlenbach. Ein verlockendes Gefühl, eine Institution zu unterstützen, die sich so verdient gemacht hat, um die Verbreitung meiner Lyrik. Ich bin Wolfgang Barow und ich spiele hier den berühmt-berüchtigten Dichter Günther Meier-Mühlenbach. Sie können froh sein, dass ich die Magie von Herzen liebe. Das ist jetzt das zweite Spotlight-Set, das ich erleben darf. Das erste war ja in der Film- und Fernsehhochschule Konrad Wolf. Und jetzt sind wir im Feds. Ja, wir sind jetzt am Ende. Das war's jetzt mit dem Making-of. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt immer schön dran. Einschalten bei Spotlight. 3, 1, 2, 3. Raus in der Spotlight. Bring die Bühne zum Baby. Raus in der Spotlight. Und sing, das ging's um dein Leben. Spotlight. Come on, alle sing zusammen. Spotlight. Ja, 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 ja. Spotlight.